Sie hören? Tote Hand von Andreas Föhr. Gelesen von Michael Schwarzmeier. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Polok. Berlin, Mai 2010. Sie standen vor dem Club und rauchten und redeten mit den Jungs, die sie kennengelernt hatten. Daniel war schon älter, vielleicht 25. Seine Augen waren blau, die Haare rot-blond, die Wimpern waren hell. Er strahlte eine Selbstsicherheit aus, die aus der Tiefe kam, so schiene Senna jedenfalls. Jemand, der weiß, was er wert ist, im täglichen Kampf ums Überleben. Er berührte sie, zog sie an sich, nahm ihre Hand und bewahrte dabei immer das Spielerische, sandte eine klare Absicht in ihre Richtung, die dennoch angenehm unverbindlich war. Senna war ein bisschen verliebt. Julias Junge war nicht so alt, nicht mehr 18 wie die Mädchen, aber jünger als Daniel. Die Nacht über Berlin war ungewöhnlich klar. Sie konnte den kleinen Wagen sehen. In Nächten wie dieser hatte sie mit ihrem Vater auf dem Balkon gestanden, er hatte auf die Sterne gedeutet und sie gelehrt, den Polarstern zu finden. Vor sechs Monaten war der Vater gestorben. »Was glotzen die Typen so?« sagte Julias. Es riss Senna aus ihrer Melancholie. In der Hofeinfahrt des Industriegeländes, in dem sich der Club befand, standen zwei Männer. Der eine mit Schnauzbart um die 50, der andere ohne Bart in den 20ern. Sie starrten feindselig in Richtung der jungen Leute, rührten sich aber nicht von der Stelle. Senna wusste, die Blicke galten ihr. Sie ließ Daniels Hand los. »Entschuldigt mich kurz.« Onkel Adal war wieder da, extra aus Ankara angereist. Auch den jüngeren Mann neben ihm kannte Senna, Emre, der Mann, den sie heiraten sollte. Senna und Emre waren an unterschiedlichen Orten in Deutschland aufgewachsen. Aber ihre Familien kamen aus demselben Dorf an der Nordküste der Türkei. Zwei Monate nach Timurs Tod hatte Adal Emres Vater im Heimatdorf getroffen. Sie hatten getrunken und des Toten gedacht und überlegt, was man für die Familie tun könne. Und da hatte Adal die Idee gehabt, von der er nicht verstehen konnte, warum sie seinem verstorbenen Bruder nie in den Sinn gekommen war. Nämlich, dass Senna und Emre das ideale Paar abgeben würden. Was für ein wunderbarer Gedanke, die lange Freundschaft, die die Familien verbannt, durch eine Hochzeit zu krönen. Sennas Mutter, der ihr Mann zwar in wenig Geld, aber eine nur geringe Rente hinterlassen hatte, müsste nicht mehr für die Tochter aufkommen. Und Senna wäre in einem sicheren Hafen und würde in eine lange befreundete Familie einheiraten. Was konnte man sich als junge Frau mehr wünschen? Die beiden Männer waren sehr angetan von ihrem klugen Beschluss, tranken noch einen Raki und gaben sich die Hand darauf. »Hai, Emre«, sagte Senna auf Deutsch und dann auf Türkisch. »Was willst du, Onkel Adal? Ich hab dir gesagt, dass ich nicht heirate. Und zu Emre ist nichts Persönliches.« »Was spricht dagegen?« Adal sah seine Nichte verständnislos an. »Du könntest sogar in Deutschland bleiben.« »Ich bin 18. Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe.« »Und du glaubst, deswegen bist du auch klüger als die anderen?« »Ist das so? Klüger als zwei erfahrene Männer von fast 50 Jahren.« Er schlug Emre mit dem Handrücken auf den Oberarm. »Sag halt auch mal was.« »Na ja«, begann Emre etwas zögerlich wieder auf Deutsch. »Du bringst Adal und meinen Vater in eine ziemlich blöde Lage.« »Könntest du vielleicht Türkisch reden?« unterbrach ihn Adal. »Oder soll ich nicht mitbekommen, was ihr sprecht?« »Ist ja gut. Ich hab gesagt, dass Senna uns alle in eine dumme Lage bringt.« Emre warnte sich wieder an Senna, diesmal auf Türkisch. »Mein Vater und Adal haben sich das gut überlegt. Und ich meine, wir kennen uns seit dem Kindergarten. Ich mag dich und...« »Na ja«, ganz kurz vor vieler ins Deutsche. »Hast du darüber nachgedacht, was ich dir angeboten hab?« »Hab ich.« Adals Gesichtsausdruck zwang Senna wieder ins Türkische zurück. »Ich will nicht heiraten, okay?« »Mehr als anbieten kann ich es dir nicht«, Emre versuchte zu lächeln. »Aber ist dir klar, was du anrichtest? Es gibt ziemlichen Stress.« »Was redest du da?« Adal schob Emre ein Stück zur Seite, um sich direkt vor Senna aufzubauen. »Hör zu! Ich habe deinem Vater versprochen, dass ich mich um seine Familie kümmere, wenn er zuerst stirbt. Und das tue ich. Ich habe alles so arrangiert, dass es für jeden das Beste ist.« Untertitelung des ZDF, 2020